Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einstiegsvideo zu Citavi. In diesem Video werden Sie erfahren, wofür Sie Citavi nutzen können, worin der Unterschied der beiden Citavi-Versionen, also Desktop und Web, besteht und welche die richtige für Sie ist, sowie wie Sie sich registrieren bzw. wie Sie Citavi installieren. Citavi ist ein sogenanntes Literaturverwaltungsprogramm. Neben vielen weiteren nützlichen Funktionen ist es hauptsächlich dafür da, in die Verwaltung und Organisation ihrer Quellen zu erleichtern und Zitate und Inhaltsverzeichnisse in ihrer Arbeit zu erstellen. Es nimmt Ihnen dadurch enorm viel Arbeit ab und verbessert die Qualität Ihrer schriftlichen Hausarbeiten. Citavi bietet zwei verschiedene Versionen an. Eine Desktop-Variante, welche einen etwas breiteren Funktionsumfang bietet und installiert werden muss. Dadurch haben Sie auch die Möglichkeit, offline zu arbeiten. Die Desktop-Version gibt es jedoch nur für Microsoft Windows. Die Web-Version können Sie hingegen auf jedem Endgerät ohne Installation nutzen. Auf Ihre Projekte haben Sie dabei stets Zugriff, da diese in der Citavi Cloud, also online, gespeichert werden. Dafür hat die Web-Version einen etwas geringeren Funktionsumfang. Die Web-Version ist unabhängig vom Betriebssystem, also auch mit Mac und Linux nutzbar. Möchten Sie Citavi nutzen, müssen Sie sich zunächst kostenfrei registrieren. Hierfür benötigen Sie eine E-Mail-Adresse Ihrer Hochschule. Mit der Registrierung können Sie sowohl die Desktop- als auch die Web-Version nutzen. Zur Registrierung klicken Sie bitte den hierfür eingeblendeten Link an. Es öffnet sich ein Fenster, das Ihnen die Auswahl Ihrer Hochschule ermöglicht. Suchen Sie hier nach Ihrer Hochschule und bestätigen Sie die Auswahl. Wählen Sie im nächsten Schritt Ihren Status als Hochschulmitglied. Nun müssen Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Hochschule eingeben. Wichtig, die Lizenz ist mit dieser E-Mail-Adresse verknüpft. Private E-Mail-Adressen können nicht verwendet werden. Nun wird eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Loggen Sie sich im nächsten Schritt in Ihr E-Mail-Konto ein und öffnen Sie die E-Mail, die Sie gerade erhalten haben sollten. Diese sollte in etwa folgendermaßen aussehen. Mit einem Klick auf E-Mail bestätigen werden Sie zum nächsten Schritt über Ihren Webbrowser weitergeleitet. Nun müssen Sie einen Bestätigungscode anfordern. Dieser wird wiederum an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden. Nach Eingabe des Bestätigungscodes haben Sie es fast geschafft. Bitte folgen Sie den Anweisungen und vergeben Sie Ihr individuelles Passwort. Wichtig, zum Abschluss der Registrierung müssen Sie sich mit Ihrem QSR-Konto einmalig anmelden. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsrichtlinien durchzulesen. Bestätigen Sie diese, um die Registrierung abzuschließen. Möchten Sie die Desktop-Version für Microsoft Windows-Endgeräte nutzen, ist noch eine Installation notwendig. Folgen Sie bitte hierfür einfach dem eingeblendeten Link und laden Sie die Installationsdatei herunter. Führen Sie diese aus und folgen Sie den Anweisungen. Für ZitaviWeb ist eine Installation nicht notwendig. ZitaviWeb nutzen Sie einfach über Ihren Browser unter folgendem Link. Nun haben Sie die ersten Schritte zur Nutzung von Zitavi abgeschlossen. Die Konfiguration von Zitavi ist nicht mehr Teil dieses Videos.